Psst. Du. Ja, genau du. Spiel auch nicht mit der Kamera. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ich mach das nicht zum ersten Mal. Klappe, die erste. Elton J-Pilot. Ja hallo meine lieben Leute. Ich begrüße sie zum FC Homeshopping. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast hier, den Timo Horn. Und wir wollen natürlich diese Produkte an den Mann bringen. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, das ist schon mal nicht gut, weil es nicht hält, aber ich kann Ihnen versprechen, an Ihrer Haustür wird dieses Ding überragend kleben. Timo, darf ich dir das mal erklären? Ich habe heute die große Ehre, zwei junge, aufstrebende Sportler unseres Vereins vorzustellen, die jetzt neu bei uns in der Lizenzspielerabteilung sind. Ja, die erste Frage direkt an dich, Jonas. Wie fühlst du dich hier? Wie wurdest du aufgenommen? Macht es Spaß hier im Trainingslager? Ja, das auf jeden Fall. Aufgenommen worden war super. Ich spreche jetzt für uns beide. Da wir viele junge Spieler sind, ist das alles ganz leicht gefallen. Und im Trainingslager hier jetzt vor allem finde ich es auch super. Schöne Umgebung und Training passt bis jetzt. Wir haben, das brauchen wir nicht mehr. die ganze Zeit. Männer, ich muss kurz pissen. Erste Training draußen, da kommen schon wieder zwei, weh ihr Junge. Haki, haust du ab, ich sag dir das, scheiß Ösis.